Die Lehrer der Schule an Flanningstraße sind bekannt aus Film und Fernsehen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich bin Son Kimbel, Ihr neuer Kindergartenlehrer. Warten Sie hier bitte einen Moment. Einen Moment mal! Bitte Kinder, setzt euch sofort auf den Teppich! Guten Morgen, alle zusammen! Guten Morgen, Herr Schnaustin! Das ist Mr. Kimbel, euer neuer Kindergartenlehrer. Und jetzt sagen wir alle zusammen, guten Morgen, Mr. Kimbel! Guten Morgen, Mr. Kimbel! Guten Morgen! So, das sind jetzt Ihre Kinder. Als erstes möchte ich euch gerne näher kennenlernen. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen. Und ich möchte, dass sie schnellstens beantwortet werden. Wie viele von euch wurden in Astoria geboren? Na los! Hoch mit den Händen! Ich will was sehen! Okay. Und jetzt... Und jetzt will ich die Hände oben sehen von denen, die nicht in Astoria geboren wurden. Zum Beispiel in Kalifornien oder so. Ja? Ich muss ganz schnell Lulu machen. Okay, du kannst gehen. Die Jungs haben meinen Penis, die Mädchen haben eine Vagina. Ich muss auf die Toilette gehen und ich kriege diese Dinger hier nicht auf. Die Jungs haben meinen Penis, die Mädchen haben eine Vagina. Ja! Danke für den Tipp. Ich hole jemanden, der dir hilft. Ich bin gleich wieder da, okay? Das E ist oft... Ja, kann ich sagen. Das wird jetzt ganz dringend auf. Sehen Sie. Ihr erster Tag? Ja, ja. Ich erledige das schon. Danke sehr. Oh nein! Diese Monster! Hör doch auf damit, Kinder! Klappe halten! Ihr sollt die Klappe halten! Klappe halten! Unsere normalen Lehrer wissen sich natürlich bei Störungen zu helfen. Also gut, heute soll unser Thema in der deutschen Stunde sein, das Protokoll. Emil, was soll denn das? Plus noch einmal machst du, fliegst du? Zurück, schiebe dran. Wir gucken mal, wo er gelandet ist. Zehn Punkte! Schicken Sie Ihr Kind an unsere Schule. Schon morgen könnte es zu spät sein. Schicken Sie her. Étatsindre Sport